Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Produktvorstellung heute und zwar zu diesem Gimbal hier neben mir, der aus dem Hause Hohem ist, der iSteady M6 in der Kit-Variante. Das heißt, es gibt noch ein Case dazu und so ein bisschen Zubehör und das Ganze ist für Smartphones gedacht. Das Unboxing und den ersten Eindruck, den gab es bereits auf Instagram auf meinem Kanal, da dürft ihr gerne mal vorbeischauen, ich verlinke das Ganze hier und da habe ich ein bisschen gezeigt, was in der Verpackung drin ist, wie mein erster Eindruck dazu war. Und jetzt kommt mein Review dazu aus der Benutzung bzw. wie ich das Ganze finde. Der Disclaimer auch gleich ganz vorab, es gibt keine Absprache zum Produkt, das heißt, Hohem hat mir für diesen Test dieses Gerät zur Verfügung gestellt und ich darf aber sagen, was ich möchte. Es gibt keine Absprache im Sinne von, das muss hervorgehoben werden oder das muss unter den Tisch fallen. Und es gibt einige Sachen, die finde ich gut und einige Sachen, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Okay, fangen wir an. Also das Ganze ist für Smartphones gedacht und wie ihr sehen könnt, kann man hier problemlos fast jedes Smartphone benutzen. Bis auf die iPhone Pro Max Modelle, die kann man drin verwenden, aber da gibt es Begrenzungen, wenn du den Gimbal neigst, also nach oben oder nach unten. Da kann es also sein, dass das Telefon dann anstößt, nicht weil es zu schwer ist, sondern einfach, weil es zu groß ist. Das Gehäuse ist grenzwertig groß, sagen wir es mal so. Es funktioniert, aber du musst mit Einschränkungen leben. Alle Telefone, die kleiner sind im Gehäuse, die gehen natürlich perfekt, die funktionieren daran. Da kannst du den Gimbal auch wirklich ohne Probleme 360 Grad komplett verwenden, dass ich das mit gesagt habe. Belastbar soll das Ganze bis zu 400 Gramm sein, das heißt, das dürfte für die meisten Telefone auch reichen. Im Zweifel lege es eben doch mal auf die Waage, wenn du das Gefühl hast, dein Telefon ist vielleicht ein bisschen älter oder einfach groß, schwer, klobig. Das kann ein Thema sein. Was das Einsetzen des Telefons betrifft, denke ich, das ist kein Problem, weil die Gummilippen so dick und so stark sind, dass man auch selbst dieses dicke iPhone 13 Pro Max, habe ich jetzt, auch ganz problemlos drin einsetzen konnte. Der Gimbal an sich wiegt 551 Gramm, ist für mich jetzt unerheblich. Ich finde sogar, dass ein Gimbal etwas schwerer sein darf, weil er dann für meine Begriffe besser an der Hand liegt und dann sich auch besser handeln lässt, so ein bisschen wie ein Werkzeug, was schwerer ist. Das wirkt nicht nur wertiger, sondern sorgt dafür, dass ich sicherer an der Benutzung bin, gerade was das Wackeln oder Verwackeln angeht. Also hier fand ich das Gewicht durchaus okay, hätte schwerer sein dürfen. Dann haben wir in diesem Gimbal, wir kommen gleich zur Funktion, darin verbaut Bluetooth-Konnektivität und USB-C. USB-C könnt ihr an der Seite nutzen zum Aufladen und nochmal oben dran zum Anschluss für das Telefon. Das heißt, wir können das Telefon theoretisch auch mit Strom versorgen über den Gimbal beziehungsweise darüber eine Verbindung herstellen zum Gimbal, wenn es darum geht, Gesten zu steuern oder ja, verschiedene Sachen über die App zu nutzen. Dann kann man das Telefon dann oben nochmal, wo es eingespannt ist, daneben auch mit benutzen. Diese Arretierung ist auch fest, das heißt, da lauft ihr nicht Gefahr, dass das Kabel sich irgendwie verhettern könnte oder hängen bleibt, denn diese Arretierung wird einmal installiert und die steht dann, solange wie du das Ganze benutzt. Die anderen Arme werden aber natürlich bewegt, wenn du den Gimbal benutzt. Ansonsten hat der Akku, vielleicht noch was zum Akku, eine Ladezeit von 180 Minuten und soll eine Betriebsdauer von 1080 Minuten haben. Die 1080 Minuten, das war jetzt nicht mein Eindruck in der Praxis. Also ich hatte das Gefühl, wenn man den intensiv benutzt, gerade mit dem etwas schwereren, wo ist es, mein Telefon? Hier unten liegt es, das iPhone 13 Pro Max, da arbeitet der Gimbal dann schon recht und du hörst es nicht, aber du merkst es einfach, weil das Gehäuse etwas wärmer wird. Denn das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff gefertigt, wird deshalb wahrscheinlich eine schlechtere Leitfähigkeit für Wärme haben. Demzufolge merkst du das dann einfach und ja, es ist einfach so. Also hast du ein schwereres Telefon, das schließe ich jetzt mal daraus, hast du eine kürzere Akkulaufzeit, weil die Belastung auf die Motoren größer ist und hast du ein kleineres oder leichteres Telefon, dann dürfte es etwas länger halten. Ich sage mal, zwei, drei Stunden am Stück kannst du mit Sicherheit nicht damit filmen, wenn du ihn dauerhaft benutzt, gerade über die App Bluetooth und dann noch Gestensteuerung. Das sind keine Stunden, die du das Ganze benutzen kannst. Aber On Location am Set mal so eine halbe Stunde, eine Stunde, das ist kein Problem. Und gerade für die Zielgruppe, da kommen wir gleich darauf, denke ich, ist das auch ausreichend. Soviel zum Akku, soviel zur Konnektivität. Der Gimbal ist natürlich typisch der neueren Smartphone-Gimbals, auch wirklich ansonsten, obwohl er aus Kunststoff gefertigt wurde, gut verarbeitet. Er fasst sich sehr gut an, sehr wertig an. Du hast hier unten auch noch die Möglichkeit, dir diesen Dreibein-Tripod dran zu schrauben. Den kannst du auch abschrauben. Gerade für die, die das Ganze auf dem Stativ benutzen wollen, du kannst es abschrauben und kannst dann das 1,25 Zoll Gewinde, was unten dran ist, auf dein Stativ, wenn das das unterstützt, drauf schrauben und den Gimbal quasi darauf auch benutzen. Wie gesagt, du kannst es abmachen. Ich fand es ganz gut, wenn es dran ist, weil du dann noch einen verlängerten Arm hast und kannst den Gimbal nochmal stabiler halten. Und das war einfach besser in meinem Workflow. Aber muss man nicht damit benutzen. Dann hast du noch die Möglichkeit, zwecks der Gewinde, an der Seite des Gehäuses und auch nochmal hier oben an den Armen, diese kleineren Gewinde zu nutzen. Die sind zum Teil aus Kunststoff. Da musst du ein bisschen aufpassen. Hier unten gibt es ein Metallgewinde, ein ganz normales 1,25 Zoll Gewinde. Da kannst du quasi noch Zubehör dran schrauben. Beispielsweise eine Funkstrecke für den Ton, wenn du filmst. Das finde ich ganz praktisch. Ansonsten muss man das nicht benutzen. Man könnte ja theoretisch sowas auch einfach in die Hosentasche stecken beziehungsweise am Gimbal dann einfach an der Seite dran klipsen, wo das Telefon ist. Das dürfte in der Regel auch funktionieren. Vom Aufbau her ist das natürlich typisch, wie Gimbal eben sind. Man kennt das vielleicht auch aus Filmproduktionen. Das habt ihr mit Sicherheit schon gesehen. Die sind alle sehr ähnlich aufgebaut. Hier gibt es aber, finde ich, einen Vorteil für die Smartphone-Gimbals. Und zwar finde ich die Arretierung, also das Einstellen mit dem Telefon, wo er noch ausgeschaltet ist, deutlich einfacher. Also das liegt wahrscheinlich auch an dem Gewicht, weil der Telefon deutlich weniger wiegt, als eine Kamera mit schwerem Objektiv dran und noch Fokusmotor. Er ließ sich wirklich ultra leicht einstellen und dann auch relativ schnell benutzen. Und ich finde, wenn du ein bisschen unsauber arbeitest, also dein Telefon nicht korrekt eingestellt und eingespannt hast, der Gimbal gleicht das Ganze wirklich sehr gut aus. Das habe ich auch bei anderen Gimbals ein bisschen anders erlebt. Da musste man schon sehr genau einstellen, dann war das alles in Ordnung. Hier nimmt dir der Gimbal auf jeden Fall ein bisschen was an Arbeit ab. Und das finde ich durchaus praktisch und gut, weil wenn du an Location bist, magst du dann nicht Ewigkeiten aufbauen, sondern direkt loslegen und das Ganze benutzen. Okay, soviel zum Großen und Ganzen. Kunststoff, wie gesagt, die Füße auch mit Gummierung unten dran und die Arme hier oben, die sind aus Metall gefertigt, aber nur die. Und sind aber deshalb auch wertig und ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu schwer wäre mit meinem Telefon. Also das passt durchaus. Dann hast du hier das Display, worüber du die Einstellungen siehst, also welchen Modus du gerade benutzt. Es gibt also diesen Sportmodus, diesen Follow-Focus, Follow-Modus beziehungsweise die intelligente Gestensteuerung über die Kamera und der App. Und du kannst natürlich das Ganze auch frei benutzen, also selbst festlegen. Ich möchte diesem Objekt jetzt folgen. Das kannst du einstellen über die App, über den Bildschirm. Du kannst aber auch selbst über den Joystick und das Rad hier an der Seite auch selbst den Gimbal komplett bewegen. Also da sind dir quasi keine Grenzen gesetzt. Der Joystick ist typischerweise in alle Richtungen bewegbar. Das heißt, du kannst in alle Richtungen auch dein Telefon drehen. Du kannst es kippen, du kannst es neigen, du kannst es um die Achse herumdrehen. Und du kannst, wenn du wieder zur Ausgangsposition zurückkommen möchtest, kannst du hier hinten diesen Taster zweimal drücken und dann kommt automatisch der Gimbal mit dem Telefon wieder in die Ursprungsfunktion, Ursprungsausgangssituation wieder zurück. Drückst du dreimal drauf, kannst du von der frontgesetzten Seite auf die rückgesetzte Seite wechseln. Das heißt, dein Telefon schaut dich quasi nicht an. Du filmst alles, was vor dir ist und du möchtest gerade mal zu dir schwenken oder einfach komplett herumdrehen. Dann drückst du dreimal auf diesen Joysticker vorn dran, diesen Pistolengriff, der da dran ist. Dann dreht sich das Telefon mit dem Gimbal einmal zu dir und dreimal draufdrücken, sorgt dafür, dass das Ganze wieder zurückgeht. Finde ich auch praktisch, weil gerade, wenn man on location ist oder am Set irgendwo ist und im Urlaub ist, dann ist das schon eine Geste, die ziemlich cool ist. Und wenn man alle Gesten kennt, ja, dann ist das schon ziemlich nett. Ansonsten kannst du natürlich über die App alles steuern. Die App ist dafür ausgelegt, dass du nach deiner Registrierung alles auch an dem Gimbal eins zu eins über das Telefon mitsteuern kannst. Das heißt, du kannst nicht nur ausrichten, wohin das Ganze zeigen soll, sondern auch, ich möchte die Aufnahme starten über diesen Knopf hier und ich kann die Aufnahme auch wieder stoppen oder pausieren. Wird automatisch in der Mediathek deines Telefons gespeichert. Dann kannst du hier noch die Zoom-Taste benutzen. Das funktionierte interessanterweise auch bei der Rückkamera, bei der Frontkamera, sorry, bei der Frontkamera meines iPhones. Das hat natürlich nun keinen optischen Zoom und trotzdem konnte ich bei dieser Frontkamera in mein Gesicht quasi reinzoomen, wenn ich das möchte oder ich stehe irgendwo und genauso funktioniert das bei der Rückkamera. Ziemlich cool, also optischer Zoom ist natürlich immer besser als digitaler Zoom, aber du kannst im Zweifel damit zoomen, indem du nach oben und nach unten drückst. Darüber kannst du den Fokus und den Modus festlegen, wie ich vorhin sagte, Sportmodus beispielsweise. Hier ist der Joystick und an der Seite gibt es dieses Wahlrad und darüber lässt sich das Licht der Kamera steuern und auch nochmal eine Extrabewegung des Gimbals. Wir fangen mit der Extrabewegung an. Diese Bewegung bedeutet, du kannst den Gimbal nochmal neigen und zwar nach links und rechts, also quasi kippen, seitlich links und rechts kippen. Das ist ziemlich cool, wenn du schief stehst, schräg stehst oder irgendwie das Gefühl hast, du magst es nochmal austarieren oder eben bewusst schräg sozusagen aufnehmen. Dann kannst du hier nach zweimal drücken das Ganze dann drehen und dann neigt sich das Telefon quasi so. Also nochmal eine zusätzliche Achsbewegung und wenn du lange drauf drückst, dann schaltet sich das Licht hier oben ein. Das kannst du auch in der Farbtemperatur auch nochmal kalibrieren. Das heißt, du kannst festlegen von 3000 bis 5000, fast 6000 Kelvin glaube ich. Also man kann auf jeden Fall Tagessicht einstellen und deutlich kälter oder deutlich wärmer. Es ist jetzt kein ultra strahlend helles Licht, aber so ein kleines Zusatzlicht, gerade wenn du irgendwo am Sonnenuntergang bist und magst eine Person so ein bisschen aufhellen, so ein bisschen so ein Catchlight, so ein bisschen in die Augen, dann ist das ziemlich cool, weil dann reicht das Licht durchaus aus. Damit einen Saal aufhellt, geht natürlich nicht und Videos wie dieses hier drehen, funktioniert auch nicht, weil das Licht dann einfach zu schwach wäre. Aber es geht. Und du kannst neben der Farbtemperatur und diesem normalen, sag mal weißen Licht, kannst du auch noch RGB-Lichter benutzen. Das heißt, dafür musst du dann, lass mich lügen, viermal drauf drücken, genau, viermal auf diese Taste drücken und dann kommen automatisch die RGB-Lichte zum Vorschein und da kannst du auch mit dem Wahlrad durchdrehen, sozusagen, bis du alle Farben einmal durchhast. Und die, die du hast, die Farbe, kannst du auch noch in der Helligkeit reduzieren oder eben verstärken, das ist auch ziemlich cool. Also wie bei dem Weißlicht, kannst du hier festlegen, ich möchte eben dieses Blau oder dieses Lila haben oder Magenta und das möchte ich etwas stärker oder schwächer leuchten haben. Das ist ziemlich cool, wie ich finde. und du kannst aus diesem RGB-Licht durch langes Drücken kannst du automatisch gleich in das Weißlicht zurückwechseln, geht auch, oder eben komplett wieder ausschalten. Soviel zu den Lichtern und soviel zu der Zusatzfunktion dieser Taste. Aber das volle Potenzial ruft du natürlich ab, wenn du die App benutzt und dann die Gestensteuerung beziehungsweise die Kamera hier oben benutzt. Die kannst du zu beiden Seiten jeweils abmontieren und dran montieren. Das finde ich ziemlich gut, weil du bist nicht festgelegt, immer nur in eine Richtung das Ganze benutzen zu müssen, sondern du kannst festlegen, ich möchte auch die andere Seite nutzen. Und ich finde, der Gimbal hat eben mit dieser Kamera schon eine Besonderheit, die hat nicht jeder Gimbal am Markt und damit kannst du auch Sachen machen, die kannst du eben nicht mit jedem Gimbal machen. Ich denke gerade an die Ein-Mann-Buden wie ich, die an Produktions-Sets meistens allein sind oder mit anderen zwar, aber immer mit dem eigenen Equipment unterwegs sind. Und das ist schon ziemlich cool, wenn du gerade so im Vlog-Style irgendwo unterwegs bist oder im Urlaub und du bist eben doch allein am Strand oder im Wald irgendwo, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und du möchtest dich mal dabei filmen, wie du beispielsweise wo langläufst oder du möchtest eben, bis du an einer gewissen Position erstmal hinlaufen, um das Foto zu machen. Und da ist es schon ziemlich cool, dass der Gimbal dir folgen kann. Und die Gesten sind relativ einfach, werden auch in der App auch nochmal erklärt, die kann man sich ja anschauen, aber die grundlegende Funktion zum Aufnehmen ist quasi diese Funktion, die muss man zwei Sekunden, drei Sekunden in die Kamera halten, dann erkennt die Kamera, das zeigt das dir an im Display, dass quasi die Aufnahme startet, er zählt dann runter von 4 auf 0 und folgt dir. Das heißt, du kannst dich bewegen von links nach rechts, oben nach unten und eben, du läufst weiter weg, ein bisschen schräg oder wieder drauf zu. Der Gimbal folgt dir immer mit dem Telefon und du kannst die Aufnahme stoppen, indem du deine Hand einmal so neben dein Gesicht hältst und dann zeigt er an, dass er stoppt mit der Aufnahme und das Ganze in deiner Mediathek im Telefon gespeichert wird. Finde ich ziemlich cool und relativ einfach auch zu merken, weil man dann doch weiß, okay, diese Geste ist das und die andere Geste ist das und wenn du hinter dem Gimbal stehst und du filmst jemanden oder ein Objekt und möchtest es verfolgen, dann kannst du festlegen, ob du Personen oder Objekte tracken möchtest. Das geht auch in der App, da gibt es oben diese Schaltfläche und dann kannst du selbst beispielsweise bei Objekten festlegen, ja, diesen Würfel oder diesen Baum oder dieses Produkt möchte ich ringsherum filmen und das wählst du aus vorher und ziehst quasi mit deinem Finger so ein bisschen ähnlich wie bei den Drohnen, da kann man das ja auch machen bei DJI beispielsweise, kann man dann so drüber fahren und dann zeigt er dann diesen Kasten an, also dieses Viereck und über dieses Symbol ist quasi markiert, welches Objekt auch gefilmt wird und dann kannst du loslegen. Also auch relativ einfach wieder und tippst das einmal wieder raus, bist du weg aus diesem Modus beziehungsweise kannst du den Modus auch komplett wieder ausschalten. Dann gibt es noch ganz, sag mal, nette Gimmicks in der App, die sind eher Spielereien, wenn meine Begriffe den Blitz ein- und ausschalten, okay, das mag noch ganz cool sein, aber die Filter, die man drauflegen kann, ja, das ist natürlich mehr die Kreativität. Also ich würde diese Filter grundsätzlich nie einsetzen, weil ich es zum einen jetzt nicht unbedingt schön finde und zum anderen gerne im Nachhinein festlege, möchte ich den Farbton so haben oder eben doch in Farbe, wenn alles von vornherein in Schwarz-Weiß oder Sepia in diese Richtung ist, dann kannst du natürlich schlecht im Nachhinein nochmal Farbe herausholen. Also dessen solltest du dir bewusst sein, nimmst du das einmal in diesem Ton oder in diesem Look auf, dann ist es auch in diesem Look aufgenommen und du kannst es nicht rückgängig machen. Also sei dir einfach dessen bewusst, wenn du on Location bist oder irgendwo unterwegs und nimmst du auf. Ganz witzig ist natürlich der Filter, der Beauty-Filter, wo du deine Haut bezeichnen lassen kannst und deine Augen größer machen kannst oder dich schlanker zeichnen lassen kannst. Also das geht für mich zu weit, das hat schon was, schon fast etwas von TikTok und von den Filter-Möglichkeiten, die man dort inzwischen einsetzen kann, die erschreckend gut aus sind, tatsächlich erschreckend realistisch aus sind. Hier in diesem Fall ist es nicht so, hier habe ich das Gefühl, das ist tatsächlich echt nur eine Spielerei. Also nicht vergleichbar. Demzufolge klammere ich das für mich aus. Ich wollte es mit der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Es geht, du kannst sowas benutzen und wenn man daran Spaß hat und es ist ganz witzig, dann ist es natürlich cool. Ja, okay. Soviel zu der App, dass du dich registrieren musst, das habe ich bereits gesagt. Also man muss sich per E-Mail registrieren, muss das Ganze aber nicht bestätigen. Das ging sofort, also E-Mail, Passwort und dann bist du auch schon eingeloggt. Das geht relativ schnell. Scheint wahrscheinlich auch sogar ohne Internetverbindung zu funktionieren. Also wenn du irgendwo bist und du hast keinen Empfang, dann sollte das sogar mit der App trotzdem funktionieren. Aber da lege ich meine Hand nicht ins Feuer, das könnte natürlich auch nicht funktionieren. Ziemlich gut finde ich wie gesagt die App, weil sie eben alles abbildet, was du brauchst. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht so eine Art Cloud Storage noch anbietet, ähnlich wie GoPro. Das fände ich ganz nett, gerade wenn du auf Reisen bist oder machst deine Weltreise oder fährst weiter weg, nimmst diesen Gimbal einfach für die Telefone mit. Dann ist es schon ganz nett, wenn du eine Cloud hast, im Zweifel für den Diebstahlfall, dass du trotzdem noch diese Sachen abrufen kannst. Aber da muss man eben dann selbst mit dem Telefon schauen, dass man das Ganze gut sichert, wenn man unterwegs ist und damit Content aufnimmt. Kritik muss ich auch ein bisschen am Gehäuse üben. Und zwar, ich habe ja eingangs gesagt, das Ganze ist gut verarbeitet, das ist okay. Aber hier hätte ich mir wirklich gewünscht, dass man zumindest einige Tasten aus Metall gefertigt hätte. Einfach der Haptik wegen, dass sich das Ganze besser anfühlt und dass er auch wirklich verwindungssteifer ist. Es knarzt nichts, das ist okay. Aber so ein Gimbal, der mehr aus Metall gefertigt wurde, da fasst sich einfach besser an. Klar, Carbon ist nochmal teurer, aber leichter, hat auch seine Vorteile. Aber die hätte ich mir wirklich gewünscht, wenn man sich hier ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte beziehungsweise auch die Füße aus Metall gefertigt hätte. Einfach, damit das Ganze etwas wertiger, noch hochwertiger herüberkommt. Ansonsten ist es natürlich kein Gimbal, der hochpreisig ist, der ist völlig okay im Rahmen, finde ich, für das, was er bietet. Und ich denke, die Zielgruppe sind vor allen Dingen die, die etwas smoother mit dem Telefon Videos und Fotos aufnehmen wollen. Vor allen Dingen Videos, gerade für Social Media, reicht dieser Gimbal völlig aus. Da hast du alles dabei, was du brauchst. Und auch wenn die heutige Stabilisierung in den Telefonen schon recht gut ist, sieht es mit dem Gimbal nochmal smoother aus. Also das unterschätzt man, was man da rausholen kann, wenn du selbst mit dem aktuellen iPhone von mir aus im Action-Modus und dann doch nochmal auf dem Gimbal, das sieht schon aus wie auf Schienen gefahren und aufgenommen. Also das ist wirklich nochmal krass stabilisiert. Also das lohnt sich schon, gerade wenn man öfter unterwegs ist und ein bisschen mehr für Social Media filmt und aufnimmt oder einfach für sich gern verwackelungsfreiere Aufnahmen haben möchte. Nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videos. Dann ist das schon ziemlich cool, dass man beides kombinieren kann und da geht schon eine ganze Menge. Eine Funktion möchte ich noch nachtragen, hätte ich fast vergessen. Du kannst natürlich mit diesem Gimbal auch Wegpunkte festlegen. Das heißt, du kannst sagen, ich möchte von dieser Position auf diese Position automatisch fahren. Das ist lohnenswert, wenn du irgendwo draußen in der Landschaft bist und du möchtest quasi dich verfolgen von diesem Punkt auf diesen Punkt und willst quasi die Kamera nicht benutzen beziehungsweise wenn du Kamerafahrten wiederholen möchtest. Das heißt, für die Reproduktion, um quasi Effekte einzubauen, ist das ganz nett, wenn man das immer wieder wiederholen kann, du den Gimbal nicht anfassen musst und quasi die Aufnahme eins zu eins identisch ist. Das kann auch in Studiosituationen ganz cool sein. Da kann man tolle Effekte erzielen. Also das geht natürlich, dafür gibt es die Tasten hier an der Seite. Da stellt man Wegpunkt A und Wegpunkt B fest. Also einmal auf den Wegpunkt A fahren, die Taste A gedrückt halten, dann kommt ein Ton und dann fährst du auf den Wegpunkt B, drückst auf die Taste B und dann ertönt wieder ein Signal und dann ist das Ganze gespeichert und du kannst quasi zwischen beiden hin und her wechseln und immer wieder hin und her fahren, quasi bis der Akku leer ist. Okay, soviel zu meinem Eindruck zu dem Gimbal und ich denke auch zielgruppenbedingt ist das durchaus ein gutes Konzept, was Ho-Hem hier fährt. Es gibt ja auch noch andere Produkte von Ho-Hem, andere Gimbal auch und für alle, die jetzt dieses Video geschaut haben und doch noch Fragen haben, schreibt sie gern unter dieses Video, schreibt sie gern in die Kommentare, ich beantworte diese sehr gern. Ihr dürft auch sehr gern auf Instagram mir folgen und natürlich hier, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt mir sehr, sehr gern und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze ein bisschen unterhalten hat und ein bisschen Lust gemacht hat, das Ganze etwas näher anzuschauen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! 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 Vielen Dank.